Heute wollte ich mal meine neue Softbox für mein Blitzgerät in unserem Garten ausprobieren. Als ich an dem Wasserspiel ankam, machte ich eine erstaunliche Entdeckung. Doch seht selbst! Ich habe eine Erstaunliche Entdeckung, die ich mit dem Wasserspielerät in unserem Garten ausprobieren kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020